Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber, also, das kommt drauf an, wie ihr spielt. Also zwei, drei Stunden, manche lange, aber manche in 20 Minuten, alles wegfallen. Wir gehen jetzt mit der Sicherheit, hört da bitte gut zu, da dürfen keine Fehler passieren. Es muss klar sein, auch ist nicht ersetzbar. Entscheidend ist hier die Maske. Strengstens verboten ist es, die Maske auf dem Spielfeld anzuheben. Ja? Oder zu irgendeinem Zeitpunkt abzuziehen. Zum Markierer, drei Sicherungen gibt es. Erste Sicherung ist hier das Laufkondom, niemals im Außenbereich abnehmen. Dann haben wir hier einen Sicherungsstift, der gibt den Abzug frei. Das ist die Vorderseite mit dem Schriftzug, auf der Rückseite wird er gedrückt. Rot ist freigegeben, so ist wieder gesichert. Ich simuliere das mal. Laufkondom abziehen, Sicherungsstift drücken. Und das allererste Mal muss ich diesen Bolzen mit einem Finger ohne Gewalt zurückziehen. Ist er einsatzbereit. Den Bolzen müsst ihr auch nicht mehr zurückziehen. Sicherlich. Wie schnell ist das? 214 Feet per Second. Also ihr könnt über, sagen wir mal, nicht die ganze Spielfeldfläche, da hat es da einen kleinen Bogen, aber ihr könnt so über die Hälfte, 20, 30 Meter, da trefft ihr wirklich noch das, was ihr wollt. Ready, time, two, eins, go. Bei go darf ich mich umdrehen und schießen. Man ist außen im Spiel, wenn euch eine Farbkugel trifft und zerplatzt. Ich hoffe, es geht nicht umdrehen. Musik 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 Hallo, kannst du ein bisschen putzen? Gut. Einfach nur für die Kauf. Wenn jemand noch irgendwas Kluges sagt, was zu beweisen war.